Willkommen bei profischnapp.de. Ich bin Lutz Reinhardt und ich zeige Ihnen heute einen Relax-Sessel von Himola namens 7805 S-Launcher mit Fernbedienung, mit Herzwaageposition, voll elektrisch. Nun, was kann man jetzt erstmal über die Form sagen? Der Sessel ist sehr schmal gehalten optisch. Das Ganze etwas abstrakt hier mit diesen Metallarm-Lehnseiten. Trotzdem sehr bequem. Erster Eindruck, nicht schlecht. Was soll denn die Fernbedienung? Ich muss jetzt hier drei Sekunden draufhalten, bis es blinkt und dann kann ich es bedienen. Geht nicht? Warum geht es nicht? Weil kein Akku dran ist, weil den muss man hinten einstecken. Der ist auch dabei. Den hole ich jetzt. Ich habe ihn nämlich gerade noch geladen. Hier kommt der Akku. Das hat Himola ganz geschickt gemacht. Das sind so abnehmbare Teile. Die steckt man hier rein. Und jetzt müsste es funktionieren. Geschlossen. Kindersperre. Drei Sekunden. So lange halten die Kinder normal nicht aus. Es blinkt. Und jetzt kann ich es bedienen. Das hier ist die Herz-Waage-Position. Der Motor, der das Ganze nach hinten bringt. Das hier ist das Fußteil. Eigentlich ganz einfach. Von unten nach oben oder von oben nach unten gesehen. Wie die Tasten sind, so die Funktion. Das ist schon mal bequem. Das ist der Rücken und das ist das obere Kopfteil. So ist es schon bequem. Und jetzt kommt die Herz-Waage. Entschuldigung. Die Herz-Waage-Taste. Jetzt liegen die Füße auf Herz-Niveau. Ei, ei, ei. Und Sie haben eine optimale Bequemlichkeit. Ich würde jetzt den Rücken noch ein bisschen zurück machen. Toll. Absolut toll. Was negativ ist, es gibt jetzt hier keine Rückstelltaste, wo alles gemeinsam rückstellt. Sondern ich muss jetzt eins, zwei und drei Tasten drücken. Vorteil ist natürlich diese ganz klare Gliederung in der Bedientaste und dass ich die auch in die Hand nehmen kann. Mit der Seite hat man das also wunderbar raus. Der Rücken ist jetzt noch nicht ganz oben, glaube ich. Ja. Sie sehen, kein Kabel stört. Der Sessel ist, glaube ich, in Größe Medium. Also für mich ist es ideal. Von der Größe. Stabiler Eindruck. Long-Life-Leder. Kostet halt Geld, klar. Wenn Sie den neu bestellen, um die 3.000 Euro. Aber so ein Sessel kauft man sicher auch nicht jedes Jahr. S-Launcher ist eine Linie von Himmola, die sehr erfolgreich ist. Dieses Stück haben wir, Advertising, Profi-Schnapp.de, derzeit als Schnäppchen im Angebot. Es ist ein EDV-Fehler. Kunde bestellt, falsche Nummer wird eingegeben, falsche Ausführung wird gefertigt. Sessel kommt ins 1B-Warenlager. Dort kaufen wir es im Frühjahr 2020. Können Sie das bei uns erwerben. Nur ein Kunde, weil wir haben es nur einmal. Und ich würde mich freuen, wenn ich Sie hier persönlich begrüßen dürfte. Profi-Schnapp.de hat seinen Showroom- und Schnäppchenkeller in 72186 Empfingen. 50 Kilometer südlich Stuttgart. Kommen Sie vorbei, schauen Sie sich um. Sie werden sicherlich fündig werden. Wir haben immer Freitag, Samstag offen. Und nach Terminvereinbarung schauen Sie auch auf Profi-Schnapp.de. Oder wenn Ihnen der Sessel nach meiner Demonstration zugesagt hat, machen Sie einfach Klick. Wird mich freuen. Dankeschön. Und tschüss, Ihr Lutz Reinhardt von Profi-Schnapp.de.